Hallo und Willkommen zurück bei RIMWRILD! Ja, haben wir hier was drin, wir haben was drin, da ist das rosa Quarz. Scheint doch alles voll zu sein, können wir den ganzen Bums direkt drüber ballern. Und die Karte lachen, während ich direkt auf die Kommentare komme. Und zwar fangen wir mit... Fangen wir mit Jugulias an. Sind Mufflons zur Jagd beim Mod auch freigegeben? Wo hat er die denn jetzt hingeballert? Sag mir nicht, der hat die jetzt in die Karawane geballert. Gut, so wird man aufgetragen. Und jetzt kommt es wiederWouldnig zu funktionieren. Und du kannst die Krosten verbogen. Und jetzt werde ich mit anderen Knicks geballert werden. Und wir nehmen ein bisschen darauf. Und dann machen, wenn wir das in die Brille wieder minist kenmalchen und wir können das auch noch dazu machen. Und dann werden wir dieariyer gleich Martinez anstellen. Hersen anf tabern. Und ich nehme dann eben loshergehende Abbiter. Und dann wird das auch nach averages nenhum. Und dann muss man sich in der ersten Kor Этот werden die kann. Und dann habe ich noch vier zu sehen. gut so wird man auch steine los ich habe jetzt ein bisschen mehr los geworden als ich wahrscheinlich gebraucht hätte ist aber egal ich kann muflons zur jagd frei geben habe ich aber nicht gemacht weil muflons sich wehren wo haben wir denn muflons und unbedingt muflons jagen willst wobei du hast nicht gesagt dass es machen sollst du hast nur gefragt ob es so ist ja muflons kann man auch jagen nach meiner erfahrung ist es mit den muflons aber so dass die in herden sind und dann greifst du einen an und dann greift die ganze herde an und dann ripp aber ist ja deine kolonie kannst du selber entscheiden ich wollte es dir nur mitteilen ein aerofleet so wir brauchen immer noch treibstoff aber heuermann ist ja da jetzt das heißt wir haben bald den treibstoff wie sieht die mauer aus was brauchen wir ja schiefer wir haben noch schiefer warum bist du untätig also hier liegt jetzt auf jeden fall ein bisschen uran rum aber es wird noch nicht transportiert die bauteile sind anscheinend wichtiger finde ich gar nicht so schlecht so bei mir egal ob bei mir oder die norm ist aber ich hätte zum beispiel gerne im late game nur exzellente möbel also sessel nachtisch und so weiter ja da werden wir auch darauf hinarbeiten das ist ja kein problem so wie es aussieht sind jetzt alle brocken weg und jetzt könnten wir echten vierten gebrauchen außer wenn wir jetzt den treibstoff und dann können wir die hier mal rüber pumpen bzw müssen wir bei denen hier noch komplett füllen wir brauchen auch übrigens noch schiefer dann wäre es eigentlich auch sinnvoll hier treibstoff zu lagern also einen lagerplatz setz ihn mal hier hin oh da waren die beiden noch gar nicht mit drin okay so und schon sind wieder brocken hier und stoff wir haben doch stoff ne haben wir nicht ich dachte wir hätten stoff egal jetzt haben wir stoff ja also ich würde sagen bei dir macht es auf jeden fall mehr sinn weil du hast holz du hast die ganzen stoffe das einzige was die halt fehlt sind diese teile die die hier die was die normal produziert die blöcke aber die kann man dann ja immer noch rüber ballern aber holz und stoff werden wir halt viel mehr brauchen so ich bräuchte auch noch mal kleidung so wie es aussieht so ich bräuchte hosen und mützen hier sind auch noch mal pilze das sind normale pilze gut machen wir weiter mit bad kitty äh bei dir vor dem lagerraum bitte den eingang links unten zwei breit machen da ist so ein wandblock der mich nervt der war eigentlich extra da um den eingang zu verringern aber gut dann machen wir den weg dann machen wir den aber auch weg so sind äh ne falscher kommentar ich glaube bei dir fehlt noch abwasser also ein auslass oh oh gut erkannt das ist zu weit weg machen wir den hier hin also die kläranlage und dann den auslass aus was habe ich hier gebaut aus schiefer was wird hier mittig durchgeklatscht auch das ding strom weiß ich nicht ich glaube schon also die kläranlage braucht auf jeden fall strom das sähe bestimmt cooler aus wenn wir das so machen würden hm 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 machen wir es so könnte man jetzt meinen okay eine kläranlage ist vielleicht nicht genug bei diesem doppelten ausmaß müssen wir mal sehen aber ich will die eigentlich halt die soll untergehen dass man die eigentlich gar nicht merkt und das tut sie hier das blüht auf während das eigentlich ganz so nebenbei ist dafür ist das versteckt mehr oder weniger nun gut also ich will ja nichts sagen aber so gefällt mir das irgendwie besser wenn wir erstmal hier alles auf den boden legen ist natürlich nicht optimal gelöst kann ich was passiert wenn ich den ausschalte kann ich was passiert wenn ich den ausschalte für ihn also für bad kitty für ihn also für bad kitty was machen wir denn eigentlich eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun wenn wir machen wir es denn am besten machen wir hier noch ein lager hin ein eins zwei drei drei mist 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 wir können ja die nur ums lager kopieren ich hoffe denn noch ich muss oben hin klicken jetzt muss unten klicken das wird unser stein lager Hier kommt eine Doppeltür rein Sieht auch besser aus als das Gebe ich zu So, wie viel brauchen wir denn von den normalen Ressourcen? Von denen hier Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, plus Skysteel Machen wir dasselbe nochmal Mit einer Wand zwischen Den können wir aber was dünner machen Weil hier kommen ja jetzt zehn hin Das heißt, der geht einfach nur einen tiefer Dann kommt hier eine Autotür rein Dann hätten wir hier auch die anderen Ressourcen So, jetzt bräuchten wir noch Holz Bei Holz gibt es Holz Redwood Eisenholz Bambus Bambus Das sind vier Dann machen wir das anders Dann machen wir diesen Oder? Warte, ich platziere sie erstmal Ich finde diese Lagerart eigentlich gar nicht mal so schlecht So, dann machen wir jetzt diesen Klumpen weg Und machen hier die Autotür hin Fürs Holz Guck mal, die geben sich ein Küsschen Jetzt nicht mehr Äh, by the way Dann hätten wir zumindest schon mal die Rohstoffe raus Das wird halt jetzt das alles an Krempel Lager Was Jugulius irgendwann mal gesagt hat, dass ich bauen soll Sorry So, und jetzt versuche ich aber auch ein bisschen Ordnung reinzubringen Natürlich So, die Gefangenen können doch auch Kunst machen, oder? Wenn wir das hier nochmal absperren Und hier nochmal einen Weg hin machen Könnten wir hier noch eine Kunstwerkstatt für die bauen Dass die auch Kunst herstellen können Weil Bad Kitty kümmert sich ja um seine Gefangenen Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass Bad Kitty denen auch beigebracht hat Kunst zu machen Begeistern Und dann könnten die auch arbeiten Anstatt einfach nur zu strampeln Aber dann müssen wir denen immer Ressourcen geben Irgendwie eine gefährliche Aufgabe Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal hier wieder Boden glätten Wer bist du denn? Jetzt brauchen wir bestimmt nochmal Heu Können Ambrosia verkaufen So viel Geld haben die nicht Nein Habe ich jetzt abgebrochen, oder habe ich jetzt getradet? Ich glaube, ich habe es abgebrochen Wir haben jetzt zumindest wieder ein bisschen Geld gemacht Ein Meisterwerk Guck mal, wie schnell ich die Dinger baue Ich bin stolz auf mich Habe ich noch Holz? Ja, noch habe ich Holz Bad Kitty, was machst du mit dem Holz? Willst du eine Skulptur bauen? Nein, du willst Kraftstoff raffinerieren Die ist ja auch nur provisorisch da Da muss ich vielleicht auch mal ein richtiges Teil bauen Aber ich muss natürlich jetzt die Regale durch Engineering Robotics Achso Natürlich Für den Bot Aber jetzt brauchen wir wieder Bauteile Ich pausiere gerade mal die Holzverbrennung da Genau Erstmal kacken, damit du wieder Dingsen kannst Ach, hier ist der neue Dalek Das heißt ja dann, dass jetzt Abwasser funktionieren sollte Wenn ich hier natürlich Dings anmache Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein bisschen Wasser auf Vorrat haben Minimal So, die Mauer ist durch Als nächstes machen wir Granit Oh, damit ist der Dickel hier oben zu Ja der kann jetzt Das muss übrigens auch weggerubt werden Also nicht so schlimm Weil wir sind ja schon dran Die Mauer ist außen beschädigt Da kommen wir jetzt aber so nicht mehr dran So easy Außer wir würden hier nochmal rausbauen Aber wir bauen ja jetzt hier zu Also Gut, diese Folge hat Dino auch noch nichts geschrieben Ich pausiere mal wieder Uran Wir haben Stahl noch Brauchen wir denn irgendwas anderes? Ich guck mal, was ich brauche Stahl, okay Was brauchst du? Du hast so viel Ich seh nicht, was du brauchst Du hast auf jeden Fall noch ein bisschen Stahl Also auch Stahlbauteile Aber Uran haben wir erstmal Gut, dann bauen wir mal den vierten Mining Bot Wobei hier draußen liegen ja noch Steine Stimmt Kriegen die hier wieder nicht raus Reingeballert Vor allem, wenn die hier alle Pause machen Worauf wartet ihr? Geh arbeiten Na ja, wir können ihn aber auf jeden Fall Schon mal in Auftrag geben Den vierten Für den Moment Wenn wir keine Dings mehr brauchen Also nicht mehr die Steine rüber pumpen So, der kann weg Dann reiße ich den auch weg Ist hell genug da drin Wie wäre es, wenn ich die fertig baue? Vielen Dank So, Lager Alles löschen Wähle ähnliches Wieso kann ich nicht einfügen? Alles löschen Kopieren Wähle ähnliches Einfügen Hm So Alles löschen Hier kommen die Dinger hin Ausscheidung Nein Rohstoffe Steinblöcke Wir fangen an Mit Schiefer Granit Obsidian Cargstone Marmor Kalk Sandstein Rosa Quarz Habe ich wen vergessen? Mudstone Warte Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Hier Mudstone Jetzt haben wir natürlich Zement nicht mit Berechnen Ne Ist nicht schlimm So hier machen wir Machen wir mal Bambus hin Machen wir hier mal Kupfer hin Eisenholz Machen wir hier drüber Hier machen wir Gold hin Holz kommt hier hin Oh ich weiß nicht ob ich für Highgrade Steel auch gemacht habe So hier kommt Jade hin Hier kommt Plastal hin Äh Redwood Wo habe ich jetzt Redwood Hier kommt Redwood hin So hier kommt Silber hin Sky Steel Tun wir hier hin Ja unten hatte ich ja noch nichts Ne So Stahl kommt hier oben hin So hier kommt Aluminium hin Dann kommt hier Titanium hin Uran kommt hier gar nicht hin Auch wenn ich für Uran jetzt Platz gemacht habe Das heißt was fehlt ist Aluminium Was hier reinkommt So das heißt wir haben jetzt hier Stahl Dann hier Silber Hier Gold Hier Jade Hier ist Sky Steel So hier haben wir Kupfer Aluminium Was haben wir hier Plastal Titanium Und hier hätten wir jetzt einen Frei Hier kommt Highgrade Steel hin So gucken wir nochmal nach Hier müsste Eisenholz sein Hier müsste Bambus sein Hier müsste Holz sein Und hier müsste Redwood sein Sehr gut Was fehlt ist Uran Uran bauen wir hier in ein Lager hin Aus Sandsteinwänden Aus Sandsteinwänden Da kommt Uran rein Zieh mal ein Wir können wieder Dings verbrennen Und erst permanent Bauteile machen Ich pausiere ihn mal Damit er mal die anderen Sachen macht Jetzt will er den machen Ich pausiere ihn mal Damit er die Schlacke wegbrennt Na gut Wenn die natürlich hier die ganze Zeit pausieren Obwohl sie voll geladen sind Na gut Nicht ganz Aber guck mal Sie verlieren Energie Sie verlieren Energie Die warten Anstatt zu arbeiten Das heißt Wenn ich ihn jetzt deaktiviere Und aktiviere Arbeiten sie endlich weiter Keine Ahnung Keine Ahnung was das Problem ist Wo bringt was wenn ich den Okay das funktioniert auch Die haben irgendwie Einen Bug Oder einen Lag Die hören irgendwie Einfach auf zu arbeiten Kann ja nicht wahr sein Hier da ist Schlacke Hol die Schlacke Okay der will aufladen Ist aber langsam Worauf wartest du Guck mal hier Ah Moment Die sind nicht in Reichweite Nevermind Na gut dann würde ich sagen War es das für diese Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Also bis dann Ciao Uuuuuhh 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 Abonniert Ja Säge Säge